Guten Morgen und herzlich Willkommen hier auf unserem Savegame Wir machen weiter und ich hab eigentlich Schon weiter gemacht hier ne Ich hab ja ein bisschen gezockt noch Weil meine Software ist fertig Ne mit dem Fruchtsorten einfügen Also Dekofrüchte einfügen Und äh Baudentexturen einfügen Hab ich jetzt fertig gemacht mal hochgeladen Facebook und auf Modehost der Ähm Ja und hab ich gedacht komm ich hab jetzt wieder mal Lust Hier zu zocken ich bin jetzt hier eine ganze Woche lang Am Programmieren gewesen Äh da hab ich Lust gehabt hier zu zocken Und dann hab ich gedacht komm irgendwie brauch ich hier Ähm Einen Saatgutendüngermaker ne Also das muss einfach rein Ne hab ich mir das eingebaut Aber natürlich die Die Verkaufspreise noch ein bisschen erhöht Er hat da einfach die Standard Fruchtsorten Dringen gehabt von Schrei Jens Äh 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 Ne und ich hab natürlich hier noch ein bisschen gearbeitet Die das mal ein bisschen hier Äh äh Geld verdienen Weil ich hab dann schon wieder was früher Deshalb brauch ich jetzt Köln Und weil er das so lange dauert Und wie ich keine Lust hab äh irgendwie hier 10 Jahre zu spielen Dass ich irgendwie ein bisschen Geld hab Hab ich mir gedacht Ähm Machen wir die Preise Ein bisschen höher Bist du? Wir warten jetzt hier Ich bin behindert Was zum Teufel? Bist du? Bist du? Behindert oder was? Warum macht der hier die Oh meine Fresse Er macht einfach hier unten Map Äh Ende Ne Intelligent Teil war ja so wie intelligent hier Warte mal Ich will hier nämlich was kaufen Das hier Das kennt ihr ja hier nicht? Das Ding ist geil Ist hartgut und Dünger überladen Das will ich nämlich kaufen hier Oh scheiße ist das teuer Ach Können wir uns leisten Komm Das Ding will ich nämlich probieren Aber Für das müssen wir ja auch noch ein bisschen hier Ähm 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 Getreide in die Mischmaschine schmeißen Ähm Die hab ich irgendwo außerhalb vom Hof platziert Weil im Hof drin hab ich eh extrem kein Platz hier ne Aber hier oben wär auch noch ein Platz gewesen hier ne Da da wär noch gewesen hier Aber irgendwie Ich hab woanders hingestellt Ähm Der Mehlrecher ist wieder hier Weil ich ja hier zuletzt Die Weizen Geerntet hab Die Weizen Hm Deutsch für du Weil ich hab äh Zuerst mal drei Felder äh Anderes Zeug gemacht Und dann hier wieder mal gemacht ne Ähm Wo muss man denn hin? Ach du Weizen Wir brauchen ein bisschen getreu Dann gehen wir so rein Ich hoffe wir bleiben nicht wieder irgendwo hängen So jetzt holen wir aber hier ein bisschen Äh Dinger raus hier Wir haben noch ein bisschen Geld Ah gestern haben wir auch noch Ja jetzt das muss reichen Füll mal das Ding und dann machen wir hinten Äh Weißt du? Geh mal da 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 Ja mach voll die Scheiße Okay Also auch weil wir jetzt viel Geld haben Wir kaufen uns keine größeren Träger oder sowas Ähm Brauchen wir nicht Vielleicht einen größeren Träger Okay Können wir uns mal überlegen Aber Ich will hier eigentlich schon so klein bleiben hier ne Immer ein bisschen Geld wieder ausgeben Für Dinge ne Irgendwelche Dinge hier Gibt ja hier schon coole Dinge ne Jetzt müssen wir glaube ich hier hoch da vorne sind die zwei Ich habe das Gebäude entfernt Und so die zu scheiße wo keiner braucht Ne die braucht gehe Das ist viel wichtiger hier Das war hier arbeiten können hier ne Da ist er ja hier Das sind die beiden Die Beidinnen Jetzt müssen wir noch hoffen dass das funktioniert Dunkermaster Wenn die Dinger hier sind 50 Prozent Ja scheiße Ich will einen 50 Prozent genau haben So jetzt müssen wir eine Zeit noch machen Ne Da, 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 hier, da, 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 hier, ähm, hier, läuft. Da, den, komm mal hin. Ja, geht. Und das geht auch. Jetzt können wir nach Hause fahren. Dann fahren wir zum Shop. Dann gucken wir mal, ob wir das Ding noch befüllen können hier mit dem, mit dem Ding hier, ne? Das wäre nämlich schon geil hier, ne? Man, es gibt ja die Hänger, ist ja klar. Es gibt ja die Überladehänger. Aber ich will das jetzt hier mal probieren mit dem Hursch, ne? Ah, scheiße. Ich hab die Map geändert und hätte natürlich das Zurücksetzen auf dem Huf machen können. Oder hier auf dem Feld oder sowas, ne? Oder hier auf der Wiese. Aber nee, hat er wieder vergessen, ne? Hat er vergessen, hat er, hat er, hat er. Und warum hat er es vergessen? Ey, das wäre ja noch eine bessere Abkürzung hier durchfahren. Warum fahre ich nicht mehr so weit? Na, die Map muss man natürlich erst kennenlernen hier, ne? Da ist er ja, das kleine Ding hier. Mal gleich mal gucken, wo man das Ding auspacken kann. Oh, ne, ne. Das ist aber klein, ne? Wie breit ist das Ding hier? So, machen wir hier, ähm, X drücken? Ne. Maus auch nicht. Also mit X geht ja mal gar nichts, ne? Was muss man denn da noch machen? Ähm. Ähm. Was? Das sind zwei? Achso. Oh, das sieht ja in der Sonne aus, du. Oh, wahrscheinlich. Also wenn er, wenn er, wenn er, wenn er, wenn er, siehst du die Wand hier? Also wenn er hier beides rein, g-g-gib-gibben können, dann werden er schon gar in hier, ne? Also hier, Saatgut und Dünger, das wäre natürlich schon, boah, das wäre lecker, lecker, lecker. Genau sowas wollte ich schon immer haben, du. Ne? Ein Hänger, passt da beides drin. Wenn das natürlich nur eins ist, dann ist das natürlich auch ein bisschen beknackt. Äh, hinten kann man nichts anhängen. Aber die Rehe, da sind schon ziemlich breit, hier, ne? Also das Ding hier, das... Also wenn du da irgendwo hängen bleibst, dann ist das Rad weg, ne? Die ganze Achse abgerissen hier, weg mit dem Scheiß. So, jetzt probieren wir das mal. Warte, ich kann ja mal hier F5 drücken. Ne, das ist nur eins, da geht nur was rein, ne? Äh, was machen wir denn da rein? Am besten wäre wahrscheinlich hier eher Ding hier, ne? Das auch gut, ne? Das wäre ja natürlich hier, das wäre besser auch hier, ne? Was? Nein, was ist das denn für ein Schwuchtelscheiß hier? Was ist das denn? So eine Scheiße. Da trägt mich jetzt aber auf. Ich habe gedacht, hier, der ist direkt angehängt. Das ist so ein kleines Pimmelchen hier. Guck mal das Ding da hier. Das reißt ab, Eckart. Da guck mal hier. Das ist so small, du. Das geht doch nicht. Ne, das geht doch nicht. Das ist doch unrealistisch. Das reißt ab, wenn du hier so Tonnen drin hast. Ihr sagt, gut, das reißt ab. Das könnte gar nicht funktionieren. Das muss doch viel größer werden hier, da. So. Hier mal Erdruck. Yay! Aber Eckart, schau dir das an. Da, der hat zwei Platz. Ach, das ist ja geil. Da fahren wir gleich mal rum. Ruh, ruh. Das fahren wir so hin. Das habe ich ja so gemacht, ne? Das kann man so hin. Dann drücken wir R. Du Rode. spinnst du? Da müssen wir noch mehr hinfahren. Aber da hat... Scheiß Zaun, ey. Ich muss ja gucken, wie von außen ist. Sonst schiehe ich doch nicht. Aber da hat... Da hat die zwei Platz. Oder ist das... Wegen dem Förderband? Komm mal hin. Eckart, drück auf die Tube. Da geht nicht. Scheiße. Blöder Affe, ey. Ja, die ist natürlich... Scheiße, wo du in der Rückwärts vorne... Grützi, Wix. Scheiße. Ach, du blöder Affe. Das... Das Teil ist... Naja. Ich habe mich eigentlich gefreut, ne? Ich habe gedacht, da kannst du richtig rückwärtsfahren. Also ein kleines Gestängel hier. Das ist ja hier... Das ist ja schlimm, ey. Na, wo ist denn das Rohr? Ich sehe nichts. Noch mal R drücken. Nein. Nein. Ey. Da hat er... Da hat er Fettisch gemacht, ne? So. Noch ein bisschen. Immer wieder mal R drücken. Ne, das will nicht rein. Ne, das geht nicht. Muss man auch umgucken. Nein, noch mal so. Ha! Ja, so. Nee. Nee. Nein. Nein. Aber warum ist denn da nur... Warum ist denn... Ja, warum ist denn... Ähm. Warum ist, ähm... Das, ähm... 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 Weißt du? Ähm... Ach, scheiße. Es ist mir schon wieder daneben. Ach, du Hund. Ich muss jetzt so... Äh... Spielen hier. Ne, ne? Die ganzen... Einstellungen. Gern. Ähm... Hier. So. Ein bisschen hier. Und... Yes. Genau da reinfahren. Das wollte ich machen. Das wollte ich. Das geht nicht. Ey Gott. Ich glaub, das geht nicht. Das geht auch nicht. Warum ist denn eigentlich... Das ist aber komisch hier, ne? Das, das... Du musst doch noch mehr reinbringen. Oder nicht? Oder wie jetzt? Oder wat? Ähm... Das, das, das verstehe ich jetzt nicht hier. Das kommen die Pinkel mal hier irgendwo am Boden. Wo wir Platz haben. Wo haben wir Platz? Gar nichts. Wir haben keinen Platz hier. Guck mal, das will, ey. Jetzt will ich da mal gucken, ne? Das steht... Schieber wechseln. Ha! Hey! What denn jetzt? Mach nochmal zu. Nein! Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein. Schieber wechseln. Oh, drücken. Ha! Ich hab's gesehen. Hast du's auch gesehen? Da musst du zuerst den Schieber wechseln. Ne? Das, das machen wir hier nochmal. Hier, mach mal zu. Yeah. Das war, war denn das jetzt? Wo war denn das jetzt? Schieber wechseln? Jetzt geht's nicht mehr. Schieber wechseln. Wo war denn das hier? K-Brücken. What? What? Nein, das ist doch Träger, du. Blablabla. Nein, nein. K. K. Kaka. 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 Warte. Was? Hey, ich check's nicht. Äh, Kaka. O. Nee. O. Hier steht, Dünger. Aktuell ist Dünger. Da, da, da gehört Dünger rein. Mann, ja, mach das Ding auf, ne? Und jetzt füllen wir das Ding hier. Aber das verstehe ich jetzt nicht, ja. Da kann ja nicht an, ich, ja. Da kann ja sicherlich, äh, hier, ähm, O, M, R, M, X, äh. Warte denn jetzt, hier, warte denn, äh, Schieber wechseln, aktuell Dünger. Ja, ist ja gut, aber hier, äh, wie kann ich denn Dünger, äh, hier, äh, ne, R, äh, auch nicht, ähm, wie denn jetzt, warte denn jetzt, hier, ähm, hier, so, R. Ja, ja, hier, dann auch, nämlich, du. Ah, das ist aber hier, scheiße. Dann auch nochmal hier, äh, nein, muss man wechseln, nochmal hier, oh. Und dann hier nochmal wechseln, hier. Das steht aber auch nix mehr, wie vom Schieber wechseln und so, hat hier, ne, das geht nicht. Aber da, da müsste doch hier, wenn ich mich, äh, hier, irre, ähm, weißt du, ähm, hier, da müsste doch hier, oder wie jetzt, ähm, das ist aber jetzt hier komisch, hier, ne. Ja, da, 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 da kann ja nicht möglich sein, das geht nicht, nee. Ja, so, da ist immer der Ärger hier, ne. Immer der Ärger. Komm, mach mal das scheiß Ding weg hier. Gott, ich. Da drüge, wir wollen direkt rollen hier. So, hier mal hinstellen. Hier ist er, der Peter. Haben wir denn überhaupt eine Palettengurbel? Eine Palettengurbel haben wir nicht. Haben wir nicht, haben wir nicht. Haben wir nicht? Nee, haben wir nicht. Müssen wir kaufen. Ja, ein bisschen Geld haben wir noch, aber das will ich jetzt gucken hier. Ja, jetzt gehen wir mit dem und holen wir so eine verdammte Dreckspalette, eine Düngerpalette und schmeißen das Ding einfach oben, ne, hinhalten und gucken, ob da was reingeht. Vielleicht geht ja nur die Paletten, da wäre es mal nicht, da muss man testen und dann, das läuft, ne, weil das natürlich hier gehen wird. Das wäre natürlich schon, äh, was, das wäre das Hammer, das, also. Das Ding nervt mich ein bisschen hier, das kleine Gestänge hier, ne, das ist hier noch hier, das ist doch hier scheiße, da kommt keiner, ne, nö. Ah, unsere neue Abkürzung hier, jetzt müssen wir natürlich dann hier die Palettengurbel prüfen, ne. Hier mal so Palettengübel, Paletti 800, ja, das reicht. So, jetzt hier mal auf hier Paletten und dann hier mal so Mineraldünger. Na. Ja, wie jetzt hier, ähm, so oder wie jetzt, ähm, hier, auf die andere.